Was? Von der oder von der Sonne? Ja! Ein Spielzeug? Oh mein Gott! Schaffst du an! Nicht weinen, ok? Sonst kriegt man kein Spielzeug. Es funktioniert. Ja, es funktioniert immer. Ich glaube es funktioniert. Ja. Weißt du Sophia? Wenn du bravzähne putzt, musst du... Nein! Das geht jetzt nicht zum Zähneputzen. Wir gehen jetzt daheim nach Zähneputzen und fahren dann zum Zahn. Wir gehen nach Hause? Wir gehen jetzt doch kurz nach Hause, wir fahren ja die ganzen Sachen nach Hause. Ja? Dann haben wir Zahnarzt. Na? So, heute gehen wir daheim nach Zähneputzen und dann zum Zahnarzt. Das wollen wir nicht. Aber ich habe es am letzten Tag nicht getan. Das wäre so gut. Die war voll gut. Die war voll gut für dich. Ich habe das Erdbeeren gelegt. Ah! Dafür gab es heute Erdbeeren-Joghurt und ich habe es dann gegessen. Wirklich? Ja, mit wo die Erdbeeren drin waren, die Halben. Wow! Was ist das denn? Nein, es war schon für Pudding! Pudding? Ja. Wann hast du Pudding? Wann hast du Pudding? Ja. Pudding? Ja. Pudding? Und Pudding? Wow! Super! Also ich hatte Erdbeeren. Was hast du gegessen? Ja? Wann habe ich gegessen? Erdbeeren? Erdbeeren oder Vanille? Schuppe oder Vanille? Ich kann noch weiter kurz machen. Schuppe und Pannele! Nächste Möglichkeit kann man links umdrehen. Ja? Wir müssen da nämlich zu diesem Raum. Das ist ein Quietschgel im Hausland. Quietsch, Quietsch, Quatsch! Quietsch! Quietschgel!